Hallo und herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibelese-Andacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Heute am Freitag, den 21. Juli, machen wir Fortsetzung mit dem Philippabrief, Kapitel 2, 19 bis 30. Und ich habe das Thema gewählt, fragwürdige Motive im Dienst für Jesus. Das ist ein herausforderndes Thema, ein persönliches Thema, was hineinfragt in die tiefen Schichten unserer Motivation zum Dienst für Jesus, zum Dienst für Gott, zum Dienst an Menschen. Und ich denke, es ist gut und wichtig, dass wir uns hin und wieder solche Fragen gefallen lassen, die uns helfen, noch mehr von ganzem Herzen und aus lauteren Motiven Gott und den Menschen zu dienen. Philippa 2, Abvers 19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, schreibt der Apostel Paulus, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich zu senden, sobald ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber in dem Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Mitarbeiter und Mitstreiter ist und euer Abgesandter und Helfer in meiner Not. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert, weil ihr gehört hattet, dass er krank geworden war. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn auf in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tode so nahe gekommen, da er sein Leben nicht geschont hat, um mir zu dienen an eurer Stadt. Paulus sitzt im Gefängnis und schreibt den Philipp an, er wird den Timotheus senden, um nach ihnen zu sehen. Und in diesem Zusammenhang ist das quasi wie ein Empfehlungsschreiben, sowohl für den Timotheus als auch für den Epaphroditus, dass sie sich bewährt haben als Mitarbeiter, dass sie von ganzem Herzen Gott und den Menschen dienen, dass sie hervorragend mit Paulus zusammengearbeitet haben. Und deswegen will Paulus ja auch den Timotheus und den Epaphroditus schicken. Er selber hofft, die Philippa besuchen zu können, aber das weiß er noch nicht, weil er noch nicht weiß, wie seine Gefängniszeit weitergeht oder ob sie weitergeht. Und in diesem Zusammenhang, wo er die geistliche Motivation, die Hingabe, die Liebe von Timotheus und auch von Epaphroditus lobt und sie damit empfiehlt, sagt er in Vers 21 ein sehr ernüchterndes Wort. Da muss man erst mal durchatmen. Das hätte man jetzt so gar nicht erwartet, dass Paulus von den allermeisten Mitarbeitern um sich herum sagen muss, die suchen das ihre. Denen geht es um sich selbst. Sie suchen gar nicht den Dienst für Jesus. Sie suchen nicht das, was dem Reich Gottes dient. Sie suchen nicht, wo es wirklich darum geht, dass Gott mit seinem Willen vorankommt, sondern sie suchen was anderes, nämlich sich selbst. Sie suchen alle das Ihre. Das ist ein Hammer. Da muss man sich fragen, ja, was kann das denn sein? Und was könnte das heute sein, dass man im Dienst für Gott, im Dienst für Jesus, in der Mitarbeit im Reich Gottes, in der Mitarbeit im Gemeindedienst und woanders andere Motive hat, als Gott zu lieben, die Menschen zu lieben, Jesus Christus zu dienen, die Ehre Gottes zu suchen, das Reich Gottes zu bauen. Das sind ja so die Dinge, die wir schnell auch sagen, dass wir das, was wir tun, zur Ehre Gottes tun und dass wir Jesus damit dienen wollen. Und das stimmt auch. Und das stimmte damals bestimmt auch bei den meisten, dass auf der bewussten Ebene wir sagen, wir wollen Jesus dienen, wir wollen etwas Gutes beitragen in dieser Welt, wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen uns zur Verfügung stellen, uns hingeben. Und das ist gut und richtig so. Aber Paulus scheint tiefer zu sehen und er sieht vielleicht unbewusste Motive, die mitlaufen. Der Theologe John Ortberg hat das mal die Schattenmission eines Menschen genannt. Dass es Motive gibt, die uns nicht bewusst sind, die uns aber dennoch antreiben und die unseren Dienst für Gott beschädigen können oder verfälschen können oder gar zum Scheitern bringen lassen können. Das kann zum Beispiel sein, dass wir uns um des Gnadeverdienenwollens sehr stark engagieren. Ich hatte mal mit einer Frau zu tun, die abgetrieben hatte vor vielen, vielen Jahren und ich wusste das gar nicht. Und sie hat mit einer unglaublichen Hingabe und weit über ihre Möglichkeiten in der Kinderarbeit gedient. Wirklich bis an den Rand ihrer Kräfte. Bis wir eines Tages darüber ins Gespräch kamen und ich fragte, warum? Und dann kam das raus, dass sie sich quasi fix und fertig gearbeitet hat im Dienst an den Kindern, weil sie wieder gut machen wollte, dass sie abgetrieben hatte. Und wir konnten dann miteinander beten und in der Tiefe konnte sie zum ersten Mal die Vergebung Gottes von ganzem Herzen annehmen. Und da musste sie sich nicht mehr die Gnade Gottes verdienen durch Mitarbeit. Viele Menschen, viele Christen haben durchaus Anerkennungsdefizite, zum Beispiel in ihrer Familienkonstellation, aus der Geschwisterkonstellation, aus der sie herkommen. Oder haben Defizite im Berufsleben, dass sie gerne was anderes geworden wären, als sie geworden sind. Und dann kann es schon einem passieren, dass man in der Gemeindearbeit sehr aktiv wird und vor allen Dingen leitende Stellungen sucht, um Anerkennung zu finden, dass man endlich auch jemand ist und endlich auch etwas zu sagen hat. Auch das gibt es als Schattenmission. Oder dass jemand das dringende Bedürfnis hat, endlich auch einmal etwas zu sagen zu haben. Und es darum geht, dass er oder sie sich durchsetzt, immer wieder neu durchsetzt mit dem, was er oder sie will. Und überhaupt nicht die Frage danach ist, was Gott jetzt will und was der Gemeinschaft dient, Sondern die Frage ist, kann ich jetzt mit dem, was ich hier vorhabe, mich durchsetzen und meine Macht durchsetzen? Auch das kann eine unbewusste Schattenmission sein. Wenn man die erkennt, dann ist das sehr, sehr ernüchternd und vielleicht auch sehr erschreckend. Es gibt verschiedene andere Motivationen, dass man fliehen will aus Konflikten oder Problemen. Dass man sich massiv ehrenamtlich engagiert, damit man sich den eigentlichen Problemen des Lebens nicht zuwenden will. Zum Beispiel. Oder, dass man aus anderen Problemen fliehen will und sie zudecken will mit so viel Engagement, dass man gar keine Zeit mehr hat, sich dem Problem zuzuwenden. Es könnte auch sein, dass man ein Helfer-Syndrom hat und dass man sich selber helfen will, indem man anderen helfen will und man rackert sich für andere bis an den Rand der Erschöpfung kaputt und merkt gar nicht, dass man eigentlich Hilfe braucht, selber Hilfe braucht und dass man das nicht dadurch löst, dass man ständig anderen hilft. Manche Leute haben auch Erlebnissucht, dass sie von einem Höhepunkt zum nächsten gehen müssen und deswegen sich wer weiß wie reinhängen, damit sie den nächsten Höhepunkt einer Veranstaltung oder eines besonderen Events erleben können und merken gar nicht, dass sie quasi süchtig sind danach, dass wieder ein bestimmter geistlicher Kick sie erreicht. Auch das kann eine Motivation sein, sich unglaublich reinzuhängen ins Reich Gottes. Oder das ganze Gegenteil davon, dass man so traditionell ist in seinem Denken, in seinem Gewordensein, dass das eigentliche Motiv ist, ich will hier das bewahren, was meine Eltern oder die Generation vorher aufgebaut haben, was wir aufgebaut haben, ich will das bewahren und das soll so bleiben, das gibt mir Sicherheit, das ist das, was geworden ist. Und wenn dann Gott etwas anderes will, dann merkt man, ups, dann kommt es zu Riesenkonflikten und dann gibt es große Probleme. Warum? Weil man eine Schattenmission hat, weil man etwas als Priorität im Herzen trägt, was gar nicht die Priorität Gottes ist. Und so kann es ganz unterschiedliche Motive geben, die uns treiben, die eine Schattenmission sind. Und wichtig ist, dass man bei einem solchen Thema in einer Andacht nicht danach fragt, ach, das sehe ich bei dem anderen und das sehe ich bei dem anderen und das habe ich da schon mal entdeckt und auch könnte der vielleicht deswegen sich so engagieren, sondern dass man sich selber fragt, was treibt mich eigentlich jenseits der bewussten Ebene, dass ich etwas beitragen will zum Reich Gottes, dass ich Gott und den Menschen dienen will, dass ich Jesus und den Vater lieben will, dass ich zurücklieben will, dass ich wirklich mich einsetzen will mit meinen Gaben, dass ich bereit bin, etwas zu opfern, damit das Reich Gottes kommt, damit Gottes gute Herrschaft sich ausbreitet und dass Menschen Heil und Wohl erfahren. Was könnte bei mir noch da drunter liegen? Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Thema für die persönliche Gebetszeit, die sich jetzt anschließen darf und für ein längeres Nachdenken darüber, was könnte mich eigentlich treiben, unbewusst, jenseits meiner bewussten Ebene. Ich bin ein bisschen erschrocken über dieses Urteil des Paulus, der über mehr oder weniger alle seine Mitarbeiter sagt, denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Könnte es sein, dass wir alle darüber tiefer nachdenken müssen und dass wir Dinge entdecken müssen und Dinge entdecken dürfen, die wir eigentlich gar nicht wahrhaben wollen? Nicht, um dann aus dem Dienst auszuscheiden und alles hinzuwerfen, sondern um sich von unserem Herrn Jesus Christus heiligen zu lassen, schleifen zu lassen, neu auf den Weg bringen zu lassen, damit wir viel fröhlicher, viel reiner, viel klarer und mit noch viel größerer Freude und Hingabe ihm dienen können, weil wir entdeckt haben, wo wir schräge Motive haben und sie mit Gottes Hilfe immer mehr überwinden. Das bedeutet, man wird ehrlich, das bedeutet, man ist bereit, sich einen tiefen Blick in die Seele zu gönnen, dass Jesus ganz tief hineinblicken darf und dass wir seinem Blick in die Tiefe unserer Seele folgen. Das ist wichtig und dazu möchte ich ganz herzlich ermutigen. Herr Jesus Christus, so bitte ich dich, dass du uns hilfst, ganz ehrlich nach unseren unbewussten Beweggründen zu fragen und dass du uns hilfst, durch deinen Heiligen Geist zu erkennen, wo wir schief liegen und wo wir umkehren dürfen, wo wir neue Wege einschlagen dürfen. Ich bitte dich, hilf du uns, dass wir die Wege finden, die Erkenntnisse, die du uns schenkst, so umzusetzen, dass unser Dienst für dich, unser Dienst an Menschen noch viel fröhlicher und freier wird, weil er nicht geprägt ist von dem, was wir nicht wahrnehmen wollen. Und so danke ich dir, dass du jedem von uns helfen willst, sich diese Fragen ganz persönlich zu stellen, in deiner Gegenwart. Amen. Ja, so lade ich herzlich ein, über die eigenen, fragwürdigen Motive im Dienst für Jesus nachzudenken und sich dafür Zeit zu nehmen und vielleicht zu dem ganzen Thema nochmal zurückzukehren. Und es nicht einfach vom Tisch zu wischen. Da gibt es was zu entdecken. Und Jesus will uns befreien zu noch schönerem, fröhlicherem Dienst für ihn und an den Menschen. In diesem Sinne, Gott segne dich, Gott behüte dich. Ich freue mich auf die nächste Atempause morgen am Samstag. Bis dahin.